Mitwey Multimedia präsentiert den Film über die GERA-Jägerschaft. Das Familienfest am 2. Juni 2007 bildet das Zentrum der Handlungen. Von hier aus ziehen wir die Fäden zu den wichtigsten Säulen der Tätigkeiten des Vereins. So begleiteten wir die Jungjäger-Ausbildung in der Jagdhütte Bokersdorf. Und auf dem Schießstand. Die Jagdhunde waren ein wesentlicher Anziehungspunkt auf dem Platz in Großsara, deren wichtige Arbeit sie im Film wiederfinden werden. Natürlich bildet die Jagd selbst einen Schwerpunkt im Film. Dank der Unterstützung von Sabine Schleicher und Wolfgang Krejcik können wir ihnen diese einmaligen Aufnahmen zeigen. Insbesondere bei der Übergabe der Schützenbrüche wird sich der ein oder andere Waldgenosse wiedererkennen. Nicht zu vergessen GERA-Jägers Falkner. Auch ihnen haben wir einen Extraabschnitt gewidmet. Die Bereitschaft vieler Vereinsmitglieder zu diesen Dreharbeiten zu erscheinen, bringt deren Verantwortung über Hege und Pflege der Natur zum Ausdruck. Auch die Brauchtumspflege kommt nicht zu kurz. Auf den Klang der Jagdhörner brauchen sie in diesem Film auf keinen Fall zu verzichten. Ebenso nicht auf diesen wichtigen Meilenstein der Öffentlichkeitsarbeit, den Auftritt der GERA-Jägerschaft bei der Bundesgartenschau. Der Film wird so ausklingen, wie auch das Jagdjahr ausklingt, mit dem grünen Abend. Seien Sie gespannt auf 30 Minuten Vereinsleben in interessanten Bildern und auf eine anspruchsvolle Präsentation einer naturverbundenen Interessengemeinschaft unserer Stadt.